so hallo und herzlich willkommen heute ein kleines kurzes video und zwar geht es heute um shadowplay diesen dieses problem mit dem mikrofon dass es eben klingt wie es jetzt hört es klingt scheiße es klingt so blechern irgendwie total billig ich wollte gerade eben was aufnehmen und habe gedacht so what the fuck was geht habe halt jetzt auch schon lange mit shadowplay nicht mehr gearbeitet gerade wegen so sachen und habe mich jetzt mal schlau gemacht und eine lösung gefunden wie das woher das problem kommt und wie ihr es beheben könnt weil ich habe jetzt hier halt auch ein xlr rode mikrofon mit mischpult verstärker und allem scheiß dann kommt so ein mikrofon sound raus ist schon echt ärgerlich aber ich musste jetzt gerade was mit shadowplay aufnehmen es ist ja auch ansonsten echt eigentlich praktisch und ich zeige euch jetzt wo das problem liegt und wie es ändern könnt ihr geht rechts unten auf lautsprecher rechte maus klick sound es ist windows 10 geht hier auf aufnahme hier seht ihr das mikrofon ist aktiviert also mein usb eingang wo eben das mischpult reinkommt als interface geht der doppelklick drauf jetzt geht ihr auf erweitert ihr seht jetzt einen kanal 16 bild 44.100 hz cd qualität und das ist problem also damit kommt shadowplay wohl überhaupt nicht klar deswegen geht er jetzt hier auf dvd qualität 48.000 wenn ich da jetzt drauf gehen müsst ihr direkt eigentlich den unterschied höheren weil alles geklappt hat sich mal als übernehmen fortsetzen und ja jetzt müsste es eigentlich wesentlich besser klingen ich hoffe zumindest ich werde es gleich kontrollieren aber das ist das problem also die kommt irgendwie mit der cd qualität shadowplay irgendwie nicht klar warum auch immer wenn es euch das video geholfen hat gibt auf jeden fall natürlich einen daumen hoch lässt auch ein abo da es gibt auch gerade derzeit mache ich eine serie wo ich eben viel über obs stream labs erkläre wo ich eben quasi ein anfänger oder jemand wenn du streamen möchtest ein paar einstellungen zeigt oder auch vielleicht für den einen oder anderen der schon stream ein paar tipps gibt und schaut natürlich auch gerne bei meinen live streams vorbei links ist in der beschreibung twitch tv schrägstrich angemau live und wir heißen euch auf jeden fall willkommen und dann danke fürs einschalten und bis zum nächsten mal ciao